Ein Silberlöffel aus dem Mittelalter. Geschichtsfenster, die schnelle Quelle. 1398 wurde in Köln der Patricia Herrmann von Goch verhaftet und gegen Hochverrat hingerichtet. Das, was er bei der Verhaftung bei sich trug, liegt heute noch im Kölner Stadtmuseum und dabei ist dieser Gegenstand. Und wenn ich das mal aufmache, dann befindet sich darin ein ganz, ganz wundervoller Klapplöffel mit einer ausziehbaren Stiel. Hier sieht man einen kleinen vergoldeten Löwenkopf, der das Ganze zusammenhält und auch das sechseckige Rohr, aus dem der Griff besteht. Und hier eine sehr, sehr schöne Verzierung. Ein ganz prächtiger Löffel. Solche Löffel gibt es noch ein paar andere Modelle. Gehört nicht mal einem Hochadligen, einem König, einem Grafen. Gehört einem Bürger aus Köln. Kein armer Bürger natürlich, ist schon etwas für die Hochgestellten, aber ein sehr, sehr schönes Beispiel für Esskultur im Mittelalter.